Mensch der Erde höre, befreie dich von all diesem Wahnsinn, von diesen Lügen, leeren Versprechungen, von aller Gewalt und von allem Betrug. Nutze deinen eigenen Verstand, deine eigenen Gedanken und Gefühle, deine Vernunft und die dir eigene Logik, auch wenn diese nicht sehr groß sein mag. Erfasse und erfülle deine Verantwortung als Geschöpf der Schöpfung, als Mensch und Wesen, dem Ehrfurcht und Würde eigen sein soll. Gebiete allen Kriegen, allem Töten und Morden sowie aller Zerstörung und Vernichtung ebenso Einheit wie auch den Machenschaften der fehlbaren Mächtigen, durch deren Willen und Wahnsinn Kriege und Terror aller Art herangezüchtet und verwirklicht werden, wodurch auch andere Verantwortungslose, Fanatiker und weitere Labile und Irre animiert werden, sich dem Anarchismus zu verschreiben, Terrorakte mit furchtbaren Folgen durchzuführen, sich aller Menschlichkeit zu entledigen und zahllose Menschen zu morden. Höchste fanatische Terroristen finden sich dabei nicht nur bei Diktatoren und fanatischen Religionisten und Sektierern, sondern auch bei den Präsidentschaftsmächtigen gewisser Staaten, die sich freiheitlich, friedlich und gerecht schimpfen, die jedoch in Wahrheit so unfriedlich, ungerecht unfreiheitlich sind und gar im eigenen Land die Todesstrafe ausüben lassen, wie das bei eigentlichen bösartigen Diktatoren und blutlüsternen Terroristen der Fall ist. Untertitelung des ZDF, 2020